Herzlich Willkommen auf Masis Clash Channel. Wir haben heute ein echt interessantes Sneak Peek vor uns und wir starten gleich einmal damit, dass es zwei neue Errungenschaften gibt. Die erste neue Errungenschaft ist, dass man die neue Verteidigung von Rathaus Level 11 zerstört und die zweite ist, dass man dunkle Zauber an Clan-Mitglieder spendet. Dazu gibt es aber erst später noch mehr und da gehe ich dann auch noch genauer darauf ein. Jetzt aber erst mal ein paar neue Bilder zu den Lagern für die Ressourcen. Da das Rathaus jetzt auch als Ressourcenlager zählt, muss ja die maximale Kapazität von den Elixierlagern und von den Goldlagern etwas angepasst werden und da wir, wie im letzten Sneak Peek schon bekannt gegeben, auf Rathaus Level 11 jetzt insgesamt 10 Millionen an Loot von Gold und Elixier jeweils haben können, wird das Ganze auf vier Lager und das Rathaus verteilt, heißt wir haben dann insgesamt zwei Millionen pro Lager, wie ihr hier auch beim Elixierlager sehen könnt. Genauso ist es auch bei den Goldlagern, da ist ab sofort auch zwei Millionen drin und beim dunklen Elixierlager sind nur noch 180.000 dunkles Elixier drin. Heißt wir haben jetzt eine Reduzierung von der maximalen Lagerkapazität von den Lagern auf Level 11 und die zwei Millionen, die eigentlich ins alte Lager auf Level 11 hinein gepasst hätten, passt jetzt genau ins Lager Level 12 hinein. Im Rathaus haben wir dann zwei Millionen Gold, zwei Millionen Elixier und 20.000 dunkles Elixier und das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge, also da sollte man sein Rathaus schon reinstellen und wirklich stark beschützen. Wie ihr auch sehen könnt, sind die Hitpoints vom neuen Rathaus Level 11 auf 6.800 Hitpoints angestiegen. Das ist auch ein schwerer Brocken. Dann gehen wir weiter zu einem anderen interessanten Bildchen und zwar gibt es jetzt das Menü von der Clanburg. Ihr seht hier Clanburg Level 6, es passen 35 rein und direkt darunter unter dem ersten Balken seht ihr den Balken für die Zauberkapazität, denn es passt genau ein dunkler Zauber rein und der Rest ist eigentlich schon wie gehabt und wie gekannt. Und ihr seht auch ganz unten ist schon ein Giftzauber hineingespendet. Die Truppen werden dann anscheinend einfach daneben angezeigt. Eine weitere sehr interessante Neuerung aus dem heutigen Sneak Peek ist, dass die Heiler etwas angepasst werden und zwar heilen mehrere Heiler ab sofort pro Sekunde etwas weniger Lebenspunkte, wenn sie dasselbe Ziel heilen. Bis zu sechs Heiler heilen ein bisschen weniger pro Sekunde wie vor dem Update und wenn es mehr als sechs Heiler sind, heilen sie deutlich weniger als vor dem Update. Ich hoffe, das ist verständlich so und das betrifft jetzt auch am meisten glaube ich die Technik mit Queen Walk, denn die Königin war doch schon sehr overpowered, vor allem wenn man eine 40er Königin hatte hier mit ein paar Heilern dran. Man hat schon viele Drei-Stern-Angriffe hier auf Rathaus 10 gesehen und Supercell wollte das glaube ich so ein bisschen abschwächen und mal schauen, ob Queen Walk danach überhaupt noch angewendet wird. Aber ich glaube schon, dass es noch eine relativ gute Taktik bleiben wird, da ja unterhalb von sechs Heilern die Heiler immer noch relativ ordentlich heilen. Aber der eigentliche Höhepunkt des heutigen Sneak Peeks sind die neuen Errungenschaften, aus denen man ordentlich was rauslesen kann. Im Ankündigungsvideo von Galadon war der Name der neuen Rathaus Level 11 Verteidigung mit Fragezeichen überdeckt, aber es gab so eine halbe Sekunde in der man doch den Namen erkennen konnte und ich habe das hier zusammengeflickt und die neue Verteidigung wird Eagle Artillery heißen. Zu deutsch ungefähr sowas wie Adler Artillerie. Ist jetzt kein allzu einfallsreicher Name, aber wenn wir uns die Namen von den anderen Verteidigungen anschauen, X-Bogen zum Beispiel oder Infernoturm, dann passt Adler Artillerie, wenn das dann der offizielle Name sein soll im Deutschen, doch meiner Meinung nach relativ gut ins Schema rein. Genauso wie Magierturm, Bogenschützenturm, es ist halt alles eher so ein normaler Name. Passt meiner Meinung nach total. Und die neue Errungenschaft zielt darauf ab, dass man für Level 1 erstmal 20 von diesen Verteidigungen versenkt. Die Belohnung dafür sind 150 Gems, also kann man sich schon mal ausmalen. Wenn man relativ viele von denen zerstört, dann könnte die dritte Belohnung da von den Gems her relativ relativ hoch sein. Die zweite neue Errungenschaft ist Sharing is Caring, heißt wenn man 100 Spells, 100 Zauber verschenkt an andere Clanmitglieder, dann bekommt man auch 20 Gems und das Ganze gibt es natürlich auch wieder auf drei verschiedenen Leveln. Das war's mit dem heutigen Sneak Peek, morgen wird dann vielleicht offiziell der Name der neuen Verteidigung präsentiert und vielleicht auch langsam so in Richtung Held gegangen, das wäre schon mal ganz cool. Auf jeden Fall seht ihr mich morgen wieder mit einem neuen Sneak Peek Video hier auf Marses Clash Channel.